Das ist eine Kiste, gehört da sich wahrscheinlich wieder anders. Eine Waffe, Herr Dritter. Und rüber. Hier ist sogar noch eine versteckte Kiste. Hier sind zwei Kisten für mich. Ich hab die selbe Episode wie du hast jetzt. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Welche? Du kannst dich krank melden mit Säure. Welche? Ja mit 426 Schaden. Wie viel hat deine? Ich meine nur 300 ökos. Kannste haben, kannst du schaden. Ja dann pauschen wir, dann kannst du die andere wenigsten verkaufen. Ich warte auf eine Sniper, auf eine Sniper oder auf eine. Ja, aber die ist, äh, Dings. Ja okay, dann nicht. Auch überall. Aber die hat gar kein Visier mehr. Hast Lust zu haben, die ist, der Kopf hat nicht nach oben. Die hat aber nur zwei Schuss. Meiner hat einfach 4-6. Vielleicht ne meine wieder. Ist zwar stärker, aber meine ist mehr Schuss. Was kommt denn zu dir angeraten? Pass auf dir selbst, spielen sie schon. Hm hm, schafft er nicht. Das ist kaosartig. Los, gib mir, Kegabacher, seine Gehirne gleich ab. Und so viel Geld, so viel Geld. Und so viel Geld ist da, oder? Ja, das zieht doch voll, ey. Ich bin grad fast ausgegeben für Dings. Jetzt hab ich schon wieder 300.000. Dank Bloodwing, dass er vorne sammelt hat. Ja, ja, das ist richtig praktisch, ey. Ja, Bloodwing ist beim Geld sammeln praktisch. Auch bei Bossen ist er praktisch, sagt er, das ist verlangsamt. Wenn der Boss ein Nahkämpfer ist, dann ja. Praktisch, Bloodwing. Und jetzt kommt die nächste Phase von dem Teil. Also wie viel sind es insgesamt schon? Hast du ausgerechnet? Nö. Erstens 10 gewesen. 5.30. Ne, 25 danach. Also ja, 35. Also 35, 85. Und jetzt wird's noch mehr. Ich glaub ich bin falsch gelaufen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin falsch gelaufen, dann ist es nach oben. Haha, gute Nacht. Haha, guter Junge. So, gut. Das Geile ist, wenn ich kritisch einen Schaden macht, dann nötig die Ladegeschwindigkeit bei mir. Oh! Da meine Gegner nicht klauen. Aber ich freu mich schon, wie gesagt, wenn ich das Schild durchdrehen hab. Das hilft uns bei manchen Missionen wirklich echt weiter. So, das war schon mal den ersten. Schon mal ein paar Gehirne vorbereiten, oder? Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt kommt. Das wird jetzt noch mehr. Ja. Ja, wenn es jetzt 200, oder wenn es jetzt 1000, oder wenn es jetzt 100, 25, oder... keine Ahnung. Ich siehst übrigens, dass er gehört, dass er das Gehirn frisst. Werden wir jetzt noch kommen? Wie schmeckt dir das? So. So, nachladen. Jetzt kommen die langen, äh 250, jetzt wird es schon länger. Oh. Der frisst ja hochgegangen. Voll schön, dass es voller Säure ist. Oh, der Platz. Ah, er hat mir nur einen Skin ausgerutscht. Ich hörte kein Feuerrad. Da füßte ich nicht so schnell, oder? Oh, das ist schon. Das war im Gehirn drin, oder? Fast. Altiaco, bitte. Jetzt wurden so viele Zombies draus. Hahaha, okay. Na, ist doch geil. Alle wegmähen. Und die ganzen Köpfe einsacken. Ohne. Krieg 250, Alter. Das ist schon echt viel. Ja, wie gesagt, das wird übrigens noch mehr. Und sorry, Borderlands ist nicht abgestürzt. Hab gesehen, wie der da war, Peter. Es liegt wahrscheinlich wirklich, es liegt nicht an... Wie gesagt... Jetzt wahrscheinlich liegt es wirklich an dem... Ja, irgendwie... Weil jetzt so viel passiert. Ich weiß... Also, ich glaube nicht, dass da ran liegt. Oder ich weiß noch. Irgendwas mit dem Level, oder irgendwas wird bei dir... Keine Ahnung... Nicht ordentlich funktionieren. Das hätte ich nicht für einen Haufen Fleisch, ey. Okay. Okay, wollen wir mal die Hauptstoryte machen. Gleich mal das Wort machen. Ja, das Spiel ist. Wollt er rein. Sooo... Äh... Das mit den Frontkommern machen. Da wird der Rest eine Brücke... Und... Was ist denn erst die? Ja, gut. Dann kommen wir zur neuen Gegend. Dann müssen wir ja. Und wie gesagt, die ist jetzt schon fast wieder durch. Das ist nicht mal viel. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich schätze einfach mal das... Nichts. Das ist ein... Vadbappel... Das ist aber auch das Ziel. Das wäre auch schön schön. Da steht bei dir hoch. Hä? Ne... Nein... Das hatte ich nicht. Nö... Und wie steht hier runterlassen der Brücke? Ja, ok... Ich weiß ja nicht, mit dem Spiel. war verbracht irgendwie ist da hier nicht die ganzen sachen liegen bist du ein spieler wie einfach legendäre sachen so war das abgeholt das mal ein bisschen geld jetzt habe ich komme ich komme hier nicht hoch Ok, ich starte schon mal, dann war doch runtergefallen. 3, 2, 1, 0, geht los, der Take-Offs, go! So, dahin geht's lang, gut. Oh mein Gott, ey, ehrlich. Juhu. Eigentlich mein, was wartet im Spiel am besten auf? Ein Zombie DLC. Das ist ja auch nicht so. Oh, das hat wir geschafft! Hey, lass doch mal Gehirne fallen. Ja, lass doch mal Gehirne fallen. Langsam wird Zeit hier. Okay, das ist die nächste Gegend. Brauchte eure Missionen. Ne, es gibt nur 3 Missionen, die wir machen müssen. Lumberjacks. Überhaupt nicht jetzt. Ja, das ist noch die Mission mit den Gehirnen. Hüte deine Weichteile vor den Schergen, die ich noch... Was, Kergy? Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Die History-Machine ist kaputt. Ja, ich weiß, das ist nichts Neues. Aber ich hab nur stattgefunden und da war irgendwie niemand. Dann hab ich den alten Doktor getroffen und der hat gesagt, hehehe, da werden Zombies im verwunschenen Wald. Der war ein letzter alter Mann. Da hab ich gedacht, dem helfe ich. Wer braucht schon den Rest der Gang? Oder? Hahaha. Ah ja. Ich könnte gerne in den Kommentaren schreiben, weil es eine Referenz nicht sein soll. Ich weiß nicht. Was heißt denn, was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich. Ich weiß nicht. Gaggy. hihihi wenn Gaggy ohne reden kann dann ja bestimmt gibt's Gaggy's next, glaub's auch hihihi ja noch Dubbys weg wuuh oh wuuh 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 Vielen Dank.